Der Trankladen wird nur mit großem Erfolg eröffnet. Wir werden nur mit mehr und mehr Kunden verabschiedet. Es hat so lange nicht stoppt gearbeitet, dass Paimon ein bisschen leichter fühlt. Das Geschäft läuft wirklich gut. Wir haben viele Orte. Paimon ist nicht sicher, dass wir sie alle auf uns selbst befinden. Ein Handtuch, das die ganze Arbeit für uns erledigt. Gehen Sie einen Freude, Kleine? Ich habe gerade die Verkaufsdaten gesehen und es scheint, dass ihr zwei ziemlich das Talent für das Geschäft haben. Die Potion scheint aus der Schäden zu fliegen. Oh, Lisa! Perfekte Timing. Wir waren gerade über die Schäden zu tun, wie wir eine Hilfe brauchen können in der Schäden. Oh, sind die Orte schon aufgerüstet? Haben Sie Probleme zu halten? Ja, wir sind offensichtlich gezwungen. Paimon never gedacht, dass wir so viele Kunden bekommen. Well, ich kann nicht sagen, dass ich mich beeindruckt mit der Schäden. Ich war eigentlich anzupassen, diese Art von der Schäden. Während Sie zwei waren beschäftigt mit der Schäden, ich war mit Freyda über ein paar möglichen Fälle, um das Geschäft mehr effizient zu machen. Nachdem du deine Arbeit observiert hast, habe ich mich anzupassen, dass wir einige Verkaufsdaten zu machen können, um die Brüung, die Kultivation und die Verkaufsaspekte des Geschäfts zu machen. Warte, also hast du alles vor den Schäden zu machen, das ganze Zeit? Ich bin ein Kind, ich dachte, dass du einfach schlägst. Hey, jetzt, ich bin eigentlich ziemlich aufgerüstet, wenn es klappt. Wie solltest wir diese Verkaufsdaten in die Aktion setzen? Ich habe das mit Freyda diskutiert, und die zwei von uns kamen mit einem Plan. Ich lasse sie dir die Details, aber. Warum nicht sie finden? Gut, Durchbruch im Handwerk. Re-Drop von Vios? Instant oder halbe Stunde? Alles möglich. Ja, ich habe das mit ihr auch diskutiert. Es gibt drei Bereiche, die du verbessern kannst. Brüder, Kultivation und Verkaufsdaten. Die Effizienz des Unternehmens steigern. Okay, all the preparations needed for this upgrade have been made. Please, try it out. Freischalten. Glücksbonus von 30%. Lol. 90.000 kost das. Damn. Okay, Kapitän, körperliche Verfassung verbessern, Symptome der Sehkrankheit lindern. Oh Gott. I have no idea what I'm doing. Ganz Finanzmittel ausgeben und spezielle archimistische Düngemittel verbrauchen, um die Reifegeschwindigkeit an den Ingredienzen zu erhöhen, was die erlaubt, sie direkt zu erhalten. Die benötigten Mittel richten sich noch ganz... Alles beschleunigen kostet 52.000. Was zum Geilen. Ah. Ach so, was sind die Marktinformationen gerade? Was geht gut weg? Kraft. Okay. I have absolutely no idea what I'm doing. Also brauchen Kraft. Symptome der Sehkrankheit. Also die beiden, I guess. Das. Und. Und. Yes. Und yes. Hier in der... An der End... Oida. 220 Ausgewogenheit. Damn. Da war nur eine Lücke. Tetris-Profi. Wurde es geblockt? Wieso? Für mich ist dein Handy nochmal an Twitch gegeben. Wie geblockt. Ich hab nix do. Ja, schmeiß mal raus. Weisheit, Charisma, schmeiß mal raus. Ich hab nix do. Ich hab nix do. Uff. Die Sales sind runtergegangen. RIP. Ich hab n anderen Drang vergessen. Kannst nichts mehr im YouTube-Channel schreiben. Ich hab nix mit dem. Grüß. Grüß, Traveller, Paimon and Lisa. Sucrose, es ist schon lange, seit der letzten Zeit, dass wir dich gesehen haben. Komisch. Auf dem Weg hier habe ich gehört, dass ich einige Leute über Alchemische Potionen gesprochen habe. Erstens habe ich mich überrascht, dass etwas mit den Herben passiert ist. Aber nach dem Weg, wie die Leute gesprochen haben... Es scheint, dass sie ziemlich glücklich waren mit den Ergebnissen. Sucrose, deine Bio-Alchemische Expertise war genau das, was wir für Potion machen mussten. Ja, wir konnten Potions machen, mit vielen verschiedenen Effekten! Ich habe noch einen langen Weg vor mir, ich bin nur ein Anfänger. Wenn du, wenn du mit Potion gemacht hast, in so einen kurzen Zeitpunkt hast, wir sollten auch versuchen, die Publikum zu lernen. Warte, war das auch ein Teil von Jean's Plan? Ja, das ist etwas, was sie und Mr. Albedo gesprochen haben. Wie ich verstehe, das Ziel war nicht nur zu kreieren und verkaufen, Potions, aber auch für die Prinzipien und Praktiken von Alchemie zu den Menschen. Dank an deine Shoppen, die Publikum von Alchemischen Potionen hat ziemlich viel erhöht. Vielleicht, ein Tag, sie werden auch einfach einfach Potions machen. Hm... Without die propere Training, die Potions können auch gefährlich sein. Du bist richtig. Mit Lisa da zu mentorieren, Traveller, wir können uns sicherlich sein, dass nichts passieren würde, während der Potion machen. Aber, wenn es um den generalen Publikum geht, müssen wir eine Art und Weise, dass alle Potions resultieren würden, so... Ich kenne das auf Englisch, Tauli. Da heißt es What Not. Da gibt's das auch auf Englisch. Das ist wahrscheinlich das Gleiche. Habe ich schon mal gehört. Ja. Obwohl es wahrscheinlich besser wäre, dass wir uns helfen können, die Konten des Examen. In ordern zu ermöglichen, ein richtiges Level der Herausforderung, wir müssen erst einmal die Daten zu holen. Das ist woher unsere Examen kommt. Wenn du es beherst, Traveller, deine Ergebnisse servieren als eine sehr wichtige Reference für uns. Du bist, natürlich, für deine Reference. Was für eine gute Idee. Ich muss sagen, ich bin sehr interessiert, wie viel meine Cutie's Alchemy-Skills verbessert haben. Na, dann versuchen wir es mal. Let's go. Confidence is a good look on you, Cutie. Wonderful. Then... Let me explain a little bit about how the exam works. The exam has four levels. Beginner, Intermediate, Advanced, and Expert. To pass, all you need to do is brew a potion within the time limit that satisfies the main objective. Satisfying additional objectives will earn you extra rewards. Okay, all of this is starting to sound pretty official. Paimon's nervous all of a sudden. Just do what you normally do and you should be fine. If you don't pass the first time around, you can always retake the exam. So, no need to put too much pressure on yourselves. Oh, retakes are allowed. Phew, that's a relief. Yep. Just let me know, when you're ready. Prüfungsanforderungen in Ansehen? Achim, Prüfungen sind Tests, die dazu dienen, deine Fähigkeiten beim Brauen von Trinken zu beurteilen. Die Prüfungen sind mehrere Phasen unterteilt, die nachher dann absolviert werden müssen. Du musst drei Versuche für jede Phase. Beachte außerdem, dass die während der Prüfung gebrauchten Trinken nicht gespeichert, die dabei verbrauchten Grenzen in Arbeit zurückgegeben werden. Jede Testphase hat primäre und sekretäre Ziele, erfüllt das primäre Ziel, um den Test zu bestehen und dafür offiziell konvenzieren, um deine Testbewerbung zu erhöhen. Die Belohnung, wenn du den Test der Hängel und seine Bewertung habt. Wer den Test nicht bestanden, kann er nach einer bestimmten Zeit wiederholt werden. Okay. Oh, da gibt's fett Money. Okay. Braue ein LP-Trank, das gerade ist fortgeschrittener oder höher. Sounds pretty easy to me. Oh. Naja, das müsste eh schon reichen. Ja, passt. Das ist also die Sekundärziele nicht beachtet. Ah. Aber anscheinend habe ich sie auch schon. Passt. Easy. Ein wahrer Meister. Hm. Deine Bewegungen sind ziemlich praktisch. Und deine Potion hat auch die Herausforderungen. Herzlichen Dank, dass ich das Beginnerexamen passiere. Hm. Das war ein Stück Kacke. Das war zwischendurch. Heh, das war doch nichts. Nope. Later, Sekros. Okay. Okay. Nice. Fett Money. Gut. Die Effizienz des Unternehmens steigern. Hier konnten wir gleich noch was machen. Na. Okay. 500.000 können wir jetzt verdienen. Also wieder Marktinformationen. Stärke und Kraft und Gewandtheit wollen die von mir. Ja. Hold up. Achso, das ist... Achso. Ah. Okay. Das ist natürlich S. Die Äçrei. Some muss's? 's. Ich muss's... Das ist kein Schein. Mal bypass unseren... einfache. Ich muss jetzt's einfach runterladen... Hm, ja, das muss nicht funktionieren. Fast. Wait, wieso ist das jetzt nur ein Ausdauertrank? Hoh? Mist. Hä? Okay, das war nicht gut. Das war nicht gut. Hm. Da habe ich ein bisschen verkackt. Was war das andere? Wissen wir da überhaupt irgendwas? Stärke und Ausdauer. Na gut. Ah, okay, ist wieder nach oben gegangen, sehr gut. Wie viel Kohle haben wir? 61K. Freda hat neue Hilfsgüter mitgebracht. Oh. Trankflaschen? Und was bringen wir den? Let's find out, I guess. Also, LP und entspannend. Nee, ich sollte mich auf jeden Fall um LP kümmern. Definitiv. Ich habe keine Ahnung, was entspannend sein soll. Egal, machen wir einfach nur LP. Egal, machen wir einfach nur LP. Okay. Okay, dann nee. Stärkend und beruhigend. Passt. Beautiful. Oh, Trankstufe plus 10. Sehr gut. Und noch verbessern. Oh, unser erster Experten-Trank. Sehr schön. Der schlechteste war vorher der fortgeschrittene Gewandtheit-Trank. Oh. Big Money? Okay. Interessant, dass du Loot für Genshin offen hast. Naja, das ist automatisch. Jeder, der Genshin streamt, hat das automatisch. Dafür muss man gar nichts machen. Tatsächlich. Yep. Oh, hey, Diona. And tone-deaf Bard. What brings you to the shop? I could smell what you were brewing from all the way across Cider Lake. Bards have an extremely keen sense of smell, you know. Again with the nonsense. Don't listen to him. We were actually in the middle of looking for some cocktail ingredients. Margaret is getting ready to run a new promotion at the Catsdale. So, she asked me to come up with some new drink ideas. The Bard over here is performing at the event. When he saw me getting ready to leave, he insisted on tagging along to help. Well, what better way to be the first to try your new concoction than by helping you collect ingredients? Well, that explains your enthusiasm then. You're only that generous when alcohol is involved. Anyway, I was having some trouble coming up with new ideas for ingredients to use. I've already experimented with just about every ingredient you can find around Mondstadt. Even the weirdest ones. The Bard saw me struggling and told me he had an idea. So, we split up for a while. I didn't get my hopes up. But, sure enough, he came back a little while later with a rare ingredient I've never used before. Ooh, what is it? Some sort of secret? Come on, bring it out so we can see! It's a bird feather I found on a ruin in Dragonspine. It was once buried in the snow and is still cold to the touch even now. I'm sure it could be used to produce a drink with an entirely new sort of mouthfeel. Whoa. Well, if anyone can find something like that, Paimon supposes it'd be you. Unfortunately, this ingredient is not easy to find. We'll probably use up the measly amount we discovered with just the recipe testing alone! Don't worry about the ingredients, Diona. I'll figure something else out. You should head back so you can get a head start on working that mixology magic of yours. Uh-huh. Cause the sooner I get started, the sooner you get to take advantage of the fruits of my labor. Isn't that right? Uh, well, just think of it as a way to pay me in advance for all my hard work. Heh heh. That still doesn't solve our problem though. Traveler, Paimon, do you have any ideas for a new drink? You can use Getränke with verschiedenen Wirkungen versehen. Huh? Enfused drinks with different effects? But doesn't that bring us back to the ingredient problem all over again? Oh, Paimon gets what he's saying! Ahem. You're looking at one of the most popular duos on the Monsta Alchemy scene right now. Our potions are one of the hottest commodities in the fact! Ugh, but what do potions have to do with drinks? You can add them as an ingredient, of course! Potions can add all sorts of different effects! For example, with a little alchemy on your side, you could even make a drink that can heal a broken heart! Wow! I never knew, potions could do something like that! Hmm, I see. How about a potion that makes people never want to drink alcohol again? Could you make something like that? Oh, that's right! Even if we could make one that discourages people from drinking, it would only last for a little bit before wearing off. Ugh, what a shame. And here I thought I'd finally be able to dismantle the entire Mondstadt wine industry in one fell swoop! It's okay! We'll try to see if we can find some other ways to help! Actually, I've always been curious, Diona. Is there a particular reason you don't like alcohol? Hmph! Isn't it obvious? Ever been around a drunk person before? Let me tell you, it's not a pleasant experience! Ah, so your gripe isn't really with alcohol itself, but the fact that it makes people drunk. Hmm, this may sound a little weird, but I wonder if it's possible to use this mysterious alchemy craft of yours to make a drink that prevents people from getting intoxicated. So you mean a potion that can keep someone sober and awake? Huh, sounds like something we could do. What do you say, traveler? Sollte machbar sein! Perfekt! Haha! I can just see it now! The more alcohol those drunkards consume, the more sober they'll become! They'll finally have to say bye-bye to their days of drunken depravity! It's decided then. Please make me a potion that can keep people sober! Gotta say, I'm starting to get really curious about what that drink's going to taste like. Do you feel like you've been mobbed? Do you drink too much alcohol or what? Uhm... And unlucky, Mr.GP. But if you've seen, if it was for me, it was the same thing. It's the same thing. It's the same thing. It's the same thing. It's the same thing. Ah, wait, what did he say? A new drink? No, a new castle is available. Ah, no, 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 no. Kaufen wir noch das hier. Und dann noch 30k ins Unternehmen investieren. Ah, das kostet 60k. Ich hatte wenigstens nur die geilen Waffen im Fokus. Ja, aber ich dachte, du Upgrades sind ins Set. Die besonders schnell sind. Einige ältere Menschen im Team-Set-Dorf sind gesundheitlich angeschlagen worden. Wie können Wege finden, ihr Leben zu verlängern? Ah, warte mal. Ah, warte mal. Ah, warte mal. Ich hab's nicht gesehen. Ich hab's nicht gesehen. Oh, man, nur das hier. Das ist gut. Trankplan verwerfen? Trankplan verwerfen? Gar nicht mehr. Dann würde ich sagen, machen wir das hier rein. Was habe ich gerade gecraftet? Wait a minute. Ach so, wegen dem Kraftgewandteil oder was? Ne, wegen dem. So. Prost. Bestimmt schlechter als der vorige. Naja, aber klar. Aber nicht sehr viel schlechter. So. 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 Okay. Okay. Ich hoffe, das ist was. Gute Nacht, Tauli. Hau rein. Thanks for watching. Ja, Eichimeter. Jetzt im Schlaf, benutze ich das. Auch, dass man alles einzeln einklicken muss zum Upgraden, ist aber auch schon ultra nervig. Na gut, zweimal Kraft muss ich auch nicht upgraden. Der Eichimeter, was ist das? Kannst du die Grenze direkt verbrauchen, um IP für die Erhöhung deiner Ingredienz zu erhalten, indem du die Ingredienzanalyse-Funktionen... Ah, so. Ah, okay. RIP. Das war too much. Ah ok, von denen, wo ich nicht so viel habe, soll ich es nicht machen. Das war dumm. Okay. Ach so, warte mal, mit 60.000 können wir gleich das Angebot erweitern, oder? Yes. Naja, das ist das Wichtigste, dann kann man mehr verkaufen. Also was habe ich jetzt neu gecraftet? Den hier. Was war schlecht? Schlecht war Weisheit, Charisma. Also der da. Aber es wäre stattdessen gut. Kraft vielleicht sogar. Mal. Oh. Perfekt. 50.000 Dollar. Es läuft großartig. Let's go. Oh, ein Kraftgewandtheitdrang des Grades fortgeschrittener oder höher. Kraftgewandtheit. Prüfung bestanden. Trankstufe erreicht 8. Blablabla. Muss gerade eine halbe Stunde hin und her loggen, um die Comet Gounds zu finden. RIP. Party ist los. RIP. 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 S individuelle. RIP. RIP. Ich brauche noch irgendwas mit LP, heilend und stärkend. LP, heilend und stärkend. Ah Mist. Die Zuckerblume habe ich natürlich nicht mehr. Ja, dann kann man den nicht machen, RIP. Ja, das ist Müll. Ach Mist. So liebst es, wenn du Mobs ins Wasser schmeißt und nirgends in sterben, wo du deine Drops sammeln kannst. Jupp. Aber Loviv gibt eine 40er Party zwischen 8 und 10 Mio immerhin. Naja, Boden auch. Ich glaube, dann ändere ich gar nichts. Ich lasse es einfach so. Wenn sie alle Punkte hat. Naja, 10 nicht ganz, aber ein bisschen. 5 bis 10. 200.000. Ah ne, wir sind noch nicht fertig. Okay. Hat die uns jetzt aus Mittelalter zu viel Geld gegeben, weil wir sonst zu schlecht wären? RIP. RIP. Nice, dann sind wir fertig. Sehr gut. 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 Was brauchen wir? Oh mein Gott. Kann ich verstehen, GP ist echt ätzend. Geist beruhigen. Konzentriert Forschung hingeben. Ah, hier. Konzentration. Aber auch beruhigend. Wieso finde ich das nicht beruhigend nicht? Hier. Beruhigen und konzentrieren. AP Kraft. Anfänger Konzentration. Anfänger Konzentration. Anfänger Konzentration. Ach Nun. Ach not. Ach. Schnell Kommissar Konzentration. Passt. Okay. Sehr gut. Das ist jetzt so nervig, dass man die, die verkauft werden, nicht trotzdem verbessern kann. Oh, kann man? Oh mein Gott. Ich hatte immer keinen Bock, die extra rauszuholen. Das geht. Oh mein Gott. Ups. Well. RIP. Das nenne ich mal ein Fail. Na, das nenne ich mal ein Fail. Aber trotzdem, was man nicht alle auf einmal verbessern kann, ey. Meine Güte. Dann haben wir den einfach dazu, würde ich sagen. Und fertig. Also das müsste jetzt so richtig fett Asche geben. Boah. 100.000. Na, endlich. Boah, der hat 65.000 gegeben, der Experte Kraftdrank. Nice. Servus. Hello, everyone. Servus. Wow, ist das Meister Diluc? Oh, Diluc. Was ist jemand so busy wie du in diesem Neck of the Woods? Lange nicht gesehen. Schon ist hier zu sehen, Meister Diluc. Auch NGP. Was ist ein Kniemateriales Endeavor, der sich ziemlich der hit war. Ich denke, er war ein bisschen surprised, was der Lied der Erfolg. So, er sagte mir, dass er es rauskommt. Aber, als Sie zwei sind diejenigen in der Lage sind, ich wirklich nicht surprised bin. Die Knights, definitiv, die die wichtigsten Menschen für den Job. Uh, Elzer ist der Manager der Don Winery, richtig? Huh, Heimann dachte ich nicht viel raus. Ich weiß, wie er gehört von unserem Shop? Wait, sind wir schon so famous? Keine Chance zu sein, dass wir uns sehr beschäftigt haben. Die Wiener hält uns alle sehr beschäftigt. Elzer nur nimmt den Zeit, um mich mit diesem Artikel zu informieren, wenn er denkt, dass wir uns mit einer realen Gefängnis sind. In such a short amount of time, you've been able to establish complete production and supply lines, and even receive orders from all around to that. If you were in the wine business, you'd already be one of our biggest rivals. W-w-w-threatch? Rival? Möge der Handelskrieg beginnen. Oh, you sure seem eager, Cutie. Looks like you really want to go toe-to-toe with the number one wine merchant in all of Mondstadt. Are you just itching to see whose business prowess would come out on top? Hmm, a competition with the Traveller. That's not a bad suggestion. You're extremely knowledgeable and well-traveled. If we were to become competitors, I'm sure you'd throw many a challenge my way. Probably even some I've never faced before. But I was really just using the wine industry as an example to emphasize your success. Our two industries aren't exactly fighting for the same market space. Actually, the success of your potion shop is good for the winery's business. Good for your business? I'm on's lost. You were just talking about how the two industries were separate and now they're suddenly connected? Thank you for the follow, Lady Reckstein. It's a bit convoluted. Alcohol is a commodity that most people consume in their free time. In order to have free time, though, you have to get off work early. For the alcohol industry to thrive, consumers need to have both the time and the money to spend. That's exactly right. Your potions allow people to work more efficiently. As they get more popular, people will be able to complete their work faster. The more free time people have, the bigger the market there is for a commodity like mine. Oh, that makes sense. It's hard to be in the mood to go out and enjoy life if you're super busy all the time. Time I never thought about it that way before. There sure are a lot of layers to running a business. Guess this means we're in the Mora making business together then. Hey, why don't you try out one of our potions? In a workshop, nenn die in uns und wir werden uns da umkümmern. Hmph. I do have quite the interest in the effects of alchemical potions. Well, since you offered, please make a potion that can reduce the anxieties of the user while also improving their attention to detail. Reduce anxiety while also improving the user's attention to detail? That almost sounds a little contradictory to me. I must admit to being curious. If my cuties do manage to make this potion for you, Diluc, how exactly do you intend to use it? Well, I mentioned before that people with ample free time are an important consumer base for my industry. But actually, the same is true for people who are incredibly busy and overwhelmed with work. Alkohol ist ein ziemliches Thema bei Genshin. Naja, der Typ besitzt halt ein Weingut von dem her. Aber ja, in dem Event geht's halt, also in Mondstadt geht's tatsächlich oft um Alkohol, ja. Und steh ich eigentlich beim Zocken? Yes. Oft. After a period of high stress, like a busy workday, it can take a while for people to fully decompress. It's also common for that type of stress to leave people so exhausted that all they can do is spend the rest of the day in a daze. That level of stress and exhaustion makes it hard for people to derive pleasure from things they usually enjoy, like, relishing the flavor of their favorite food and drink. Oh, you can say that again. Paimon's definitely been there before. Sometimes, after a really long day, Paimon will be so tired, but she just can't relax. Not even her favorite snacks would hit the spot like they usually do. Oh, my poor little cuties. Sounds like things can get quite tough out on the road. You know what? You just earn yourself some extra snacks at our upcoming tea party. Once this is all over, I'll personally see to it that you get the chance for a proper rest. So, basically, you need us to make a potion that decreases attention, but increases attention, so that people can enjoy the finer things in life, no matter how busy or stressed they are. Uh, did Paimon get that right? Exactly. Wine is meant to be savored. Drinking it without being able to appreciate its subtle notes and characteristics is a loss, not just for the winemaker, but for the consumer as well. If we can increase the alertness of those too exhausted to perceive the subtle notes, but decrease the restlessness of those too agitated to raise their glass, then we can be sure to reach a point of balance where all can enjoy their wine to the fullest extent. Hervorragend formuliert, Meister Dilo. Ich verstehe voll und gern. Well, definitely a unique request. Seems like this would be a tricky challenge for any publishing maker. We should get to thinking then. First things first. Let's figure out, what ingredients to use. Cool. Die, äh, Dialoge sind mal wieder etwas, äh, in die Länge gezogen, aber nein. Das ist immer so bei den Main Events. Gut. How's the potion coming? Have you finished? Ein Trank mit LP und Weisheitsbezogener Wirkung oder Konzentration? Ich hoffe, das muss ich mir nicht merken. Oder malen wir haben 170.000. 170.000. Er steht nicht da. Er steht nicht da. Ich muss einen Screenshot dafür machen. How's the potion coming? Have you finished? Na, komm. Screenshot. So, ein bisschen cheaten hier. Komisch, dass ich so einen Trick noch gar nicht habe. Also ein Trank mit LP und Weisheit. Aber wieso oder, oder Konzentration fördernd und entspannend. Konzentration fördernd ist... Also das ist entspannend, aber da habe ich viel, das passt. Oder Konzentrations fördernd. Ach, das war Konzentration, stimmt. Okay, also machen wir wieder ganz viel davon in Berries. Und entspannend sind die beiden hier. Oh, das passt ja perfekt. Da kann man direkt eine Barry rein knallen. Konzentration und entspannend. Und entspannend. Ach, die sind immer so bescheuert, die Dinger. Ja, mal gucken, was passiert. Ich will jetzt nur mit Berries auffüllen. Uh, okay. Konzentration und entspannend. Und vernichten tun wir den daher. Entspannend, wärmend. Na egal, da muss jetzt ja eh angezeigt werden, oder nicht? Yes. We're finished with the potion, Master Diluc! Please give it a try! Habe ich jemals Tetris gespielt? Offensichtlich nicht, nein. Offensichtlich nicht. But it looks like you've already found the solution. Nice job. Wow. The effect is even more apparent than I imagined. Your many talents just keep on surprising me. On behalf of Dawn Winery, I would like to make a bulk purchase order for this potion. Oh, and don't worry about the delivery side of things. Elzer will send someone to pick up the potions once they're ready. My plan is to enlist the help of artisans to infuse candles and fragrances with the effects of this potion. Those products will serve as complimentary gifts for customers to enjoy during wine tasting. So you plan to make alchemical potions part of the wine drinking experience itself? Interesting. And very much in keeping with the Dawn Winery's way of doing business. Unser neues Brot scheint ein echter Kracher zu sein. If our potion was enough to impress Master Diluc, I'm sure regular customers are gonna be even more amazed. Well, there's still work to be done, so I should probably head out. It'll take some time before we know exactly what the commercial impact of this combination will be. In any case, it's been a pleasure working with you. Here's hoping our two businesses will have a long and successful partnership. I hope those orders will keep on rolling in for both our sakes. Oh, and if you have some time, you should stop by Angel's Share to see your masterpiece in action. For sure! Paimon can't wait! We'll see you next time, Master Diluc! Later! 65.000 Dollar hat er uns da gelassen. Na gut, hier kann ich jetzt nichts ändern. Ich habe ja keinen neuen Trank gebraut. Das lief ja ziemlich gut, bis auf Experte Gewandtheit trank. Der ging überhaupt nicht weg. Was kann man stattdessen rausballern? Weisheit? 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 Oh, den da hier wahrscheinlich. Na, gleich geblieben. Wir sind immer noch nicht fertig. Okay, krass. Mittlerweile sind 130.000 gar nicht mehr so viel. Kostet alles ultra viel. Jetzt müssen wir jetzt mit dem Trank brauen, fertig. Also haben wir da eine Boni. Ähm. Also den in der Mitte, den hatten wir, ne? Machen wir den hier unten. Sie wollen im Kampf die Ruhe bewahren. Also sie kämpfen gegen stärkend, kraftstärkend und beruhigend. Okay. Ah, hier. Ja. Nope. Das war richtig. Mist. Das Ding hab ich nicht mehr. Ja, oh, das ist schlecht. Oh, das ist echt schlecht. No. Jetzt muss ich den so craften, weil sonst wird's der falsche Trank. Was war das jetzt? Nee, das war nicht der, oder? Hä? Oh mein Gott, ich kann mir aber nicht merken, was ich gerade hergestellt hab. Das war ja Kraft-LP. Ah, ich hab schon einen Kraft-LP. Meine Güte. Na genau, AP-Kraft hab ich nämlich schon. Stärkend und beruhigend. Und was ist der andere AP-Kraft? Konzentration und beruhigend. Ah, okay. Das ist natürlich blöd. Können die Einnahmen ja eigentlich fast nur sinken. Na ja, minimal gestiegen. Wir sind zurück. Das ist ja crazy. Also müssen wir nur noch den hier machen. ein Trank weisheit-bezogen oder beruhigenden Eigenschaften. Okay, weisheit und beruhigend. Und beruhigend. Äh, was war gleich wieder beruhigend? Ach, war das nicht das hier, was ich nicht hatte? Ah ja. Ach, warum braucht man das denn für alles? Äh, jeder Trank soll scheiß beruhigend sein, also jetzt komm, was ist denn das? Also wirklich Witz, jeder Trank, beruhigend, beruhigend, ich hätte gerne beruhigend. Bitte beruhigend, 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 noch ein bisschen beruhigend. Meine Güte, ey. Muss jetzt irgendwas... Ja, 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 ja. Gebe ich ihm jetzt irgendeinen schlechten Trank? Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ich kann's believe I'm holding the key to shaking up Mondstadt's entire wine industry in my own two hands! Woza! Thank you so much. Oh, I'm gonna head back and start developing my new drinks right away. Wait, don't leave without me. I thought you were gonna let me be the taste tester. Of course! Operation Eliminate Drunkards has just begun, and you, my friend, are my first test subject! And just like that, another problem solved. Looks like you've done it again, Traveler and Paimon. Alcohol that doesn't make you drunk. Ooh. If I'm able to develop something like that, I guess there really is a type of alcohol that I can get behind. Okay... 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 Did Drunk quest chain? Hey man, it is what it is. Gut. Nächste Phase in 23 Stunden verfügbar. Wir haben's geschafft. Meine Güte.